In der Ausstellung geht es um das ganze Spektrum, in dem Kinder im 19. und 20. Jahrhundert arbeiten. Dann geht es auch um die Kinder, die durch die Maschen fallen, das heisst die Kinder, die in die Kamine steigen müssen. Es geht um die Schwabenkinder und letztlich um die Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Erst 1981 ändert sich die Gesetzeslage für die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und die Zwangsversorgung und Zwangsarbeit von diesen Kindern. In der Textilindustrie ist die Mithilfe von Kindern besonders verbreitet, weil es zum Einfädeln der Nadeln feingliedrige Hände braucht und gute Augen, um das Nadelöhr überhaupt zu sehen. Und eine dieser Tätigkeiten ist das Einfädeln der Nadeln. Das sind also Fädelichind. Kinder können die Ausstellung mit einem Rätselblatt erkunden. Es gibt verschiedene Rätsel zu lösen und dann gibt es eine Duftspur. Das heisst, sie gehen ihrer Nase nach durch die Ausstellung. Und für die Erwachsenen, die können ihre Geschichten zur Arbeit aufnehmen. Die Geschichten, die sie erlebt haben als Kind oder vielleicht auch Dinge, die sie von ihren Eltern gehört haben, wie die über die Arbeit als Kind berichtet haben. Eine lokale Spezialität ist der Torfabbau in Rotenturm. Der Torf wird als Brennmaterial gebraucht und auch dort wird die Hilfe von Kindern gebraucht. Ab dem Zweiten Weltkrieg wird dazu auch eine Maschine benutzt. Die Maschine haben wir in der Ausstellung. Und hier sieht man, ein Mann schaufelt Torf in die Öffnung der Maschine. Dann wird der Torf zusammengedrückt. Das Wasser wird ausgepresst und der Torf oder die Torfwurst kommt hier raus und der Laderli-Bub schneidet die Briketts, setzt sie auf einen Laden. Von dort werden sie zum Trocknen ausgelegt. In der Ausstellung zeigen wir ein Bild von Christian Tschannen. Er hat Jahrgang 1971 und als seine Eltern sich scheiden liessen, wurden er und sein Bruder der Mutter weggenommen und auf einem Bauernhof platziert als Verdienkinder. Er arbeitet mit Wundpflastern, die die Amtsstellen zeigen in Solothurn, die ihn platziert haben. Mit diesen Pflastern zeigt er, wie tief seine Wunden von diesen Erfahrungen sind. Aber natürlich heilen sie die Wunden nicht. Ausstellung. Abonniert hat ihn bei Wundpflastern. Abonniert hat ihn bei Wundpflastern.